Servus liebe Freunde der Gepflick-Northand-Unterhaltung, ich bin Rybo und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo. Die neue Dev-Blog-Season für das kommende Update ist losgegangen. Und bevor ihr jetzt alle wieder fragt, wann kommt das nächste Update, ich würde mal behaupten, so Mitte September, so um den 13. 14. September rum würde ich mal so behaupten, da kam nämlich auch das letzte Update im letzten Jahr dazu, das war das Update Drone Age 2022 im September. Und das Update davor, Danger Zone, kam am 15. Juni 2022. Und wenn wir jetzt La Royale mal hernehmen, das am 14. Juni dieses Jahres rauskam, dann denke ich, sind wir mit dem 13. 14. September gar nicht mal so schlecht. Womit geht die Dev-Blog-Season los? Ihr seht es hier schon mit der 2S1, ein Artilleriefahrzeug, ein leichtes Artilleriefahrzeug, das übrigens auch schwimmen kann. Ein Fahrzeug, das sich auch schon viele Spieler gewünscht haben. 122-Millimeter-Kanone Rang 4, ausgestattet mit HE-Granaten und auch mit Heat-Granaten. Wie gesagt, schwimmen kann es. Größter Nachteil, das Ding ist nur leicht gepanzert, heißt also gegen Autokanonen und schwere Maschinengewehre seid ihr schnell Hackfleisch. Und die Gun Depression ist jetzt auch nicht so gut. Anfang der 70er ist das Ding unter anderem in die sowjetischen Streitkräfte eingeführt worden. Das Ganze bis Anfang der 90er, dann ist es ausgemustert worden. Ja, und wir kriegen es jetzt halt eben direkt mal dann im nächsten neuen Update. Höchstgeschwindigkeit 60 Stundenkilometer, zumindest wenn ihr auf der Straße unterwegs seid, im Gelängende ist es ungefähr nur halb so schnell, also 30 bis 35 Stundenkilometer geht aber auch noch. Und ich denke, der ein oder andere von euch, der wird sich da schon auch entsprechend drauf freuen und auch entsprechend Spaß daran haben. Ich kenne ja einige und viele von euch, weiß ich ja, dass die gerne mit den großen russischen Kanonen spielen und die auch entsprechend fahren. Und ja, wer dann hier auch schon den 2S3M hat, der wird auch mit einem normalen Artillerie-Panzer schon richtig viel Spaß haben. Schauen wir mal, wie dahingehend noch die Entwicklung ist künftig und was wir in diesem Update noch so bekommen. Haut mal gerne unten in die Kommentare, was ihr zu diesem Fahrzeug sagt. Rang 4 dürfte irgendwas zwischen 6.0 und 7.0 sein, je nachdem, was sie jetzt machen. Ich würde jetzt aber mal hier bei dem Ding sagen, es wird im Tech-Tree wahrscheinlich vor dem 2S3N gepackt, könnte ich mir vorstellen. Und da der 2S3M auf Battle-Rating 6.3 ist, denke ich mal, werden wir hier definitiv auch entsprechend, ja, irgendwo bei 6.0 vielleicht, aber auch bei 6.3 landen, aber ich denke mal, vielleicht eher so 6.0. Haut mal gerne eure Gedanken dazu unten in die Kommentare, bewertet das Video gerne, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, drückt auch gerne den Abo-Button durch. Ich freue mich nach wie vor bei jedem neuen Zuschauer, der den Weg zu meinem Kanal findet. Ich sage danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut. Euer Raibun.